Ja und herzlich willkommen zu dieser Demo von A.K.Axolotl. Das Ganze soll ein Top-Town-Roguelike-Shooter sein. Habe ich bisher noch nie gespielt und hier im cuten Pixel-Style. Von daher würde ich sagen, starten wir einfach mal und mal schauen, ob mir das Ganze gefällt. Einfach ein Ex-Axolotl. Man kann Sachen kaufen, es gibt ein Store. Ich weiss nicht, ob ich das lieber fast mit dem Marsh spielen würde. Ich glaube schon. Ja, viel besser. Wie heißt der? Aim-Shoot-Interact-Ability-Swap. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt kann. Holy Shit! Oh, fuhr! Okay, ich sehe schon, ich bin... Ich glaube, ich bin ziemlich schlecht in solchen Games. Hä? Das sind Mäuse mit Waffen! Mäuse mit Waffen! No! Alter! Ich bin... Ziemlich schlecht. Swap. Holy moly! Okay. Das läuft. Okay, das ist jetzt eine Schrott-Flinte. Holy... Holy... Alter, ich bin ziemlich schlecht. No! Voll reingelaufen. Defeated by... I don't know, was das da scheinen soll. The Pond. Okay. Aber wir sind ein ziemlich süsses kleines Vieh. Ich weiß nicht, ob ihr Axolotl überhaupt kennt. Oder ob das jeder kennt. Das sind ja solche kleinen... Äh... Ja... Nack... Nacktmolche... Würde ich jetzt mal sagen. Die im Wasser leben. Die im Wasser leben. Wo geht's hier hin? Nirgends. Und Affe, der noch nichts sagen kann. Nice, cool. Okay... 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 Ich hab gerade mal drei Knochen. Damit kann man nichts machen. Einfach wieder nach oben. Mal schauen. Ability... Was ist die Ability? Das ist Q. Du... Den hab ich gar nicht gesehen da unten. No! Alter... Da kommt ein Hase! Der Hase explodiert einfach. Okay, das war die Kiste. Der Hase. Muss ich jetzt lang? Eins von denen auswählen wahrscheinlich, oder? Okay, ich bin da ziemlich überfordert. Wenn ich ehrlich bin. Das wollen einfach überall fiechen! Fuck! Und ich lauf da rein! Oh Mann! Die fehlt bei... Frog! Alter! Ich bin ziemlich schlecht! Man sieht's! Das ist... Das ist... Da! Sorry! Mein Mikrofon hat irgendwie... ...nicht so gut. Ja... Einfach nochmal rein, oder? Wahrscheinlich! Alter, ich bin ziemlich schlecht! Ich bin völlig überfordert bei so einem Spiel! Und man muss eigentlich einfach da mit der Maus drauf gehen, wo man hier hinschießen will! Keine Chest! Karabiner! Dann geh ich jetzt hier rein! Mal schauen, ob das besser geht! Oh Gott! No! Holy moly! Alter! Ja moin! Spawnt halt überall! Was? Hä? Wieso? Okay, ich seh schon, ich... Okay, soll ich... Ja... Ich glaub solche Spiele werden mich schnell mal aufregen! Okay, das wird das! Ein Shop! Mit drei Stück kann man auch nix kaufen! Ich hab eh nix! Das sieht mir grad erst auf! Ich hab 15... Blätter? Mit 15 Blättern kann man nix machen! Mit 15 Blättern kann man nix machen! Hä? Alter! Ich bin mega schlecht! Ich bin mega schlecht! Oh! Ich werde da ja zu nix kommen. Schön, dass das Spiel auch einem irgendwie nix erklärt. Dash. Die Ability. Ich habe hier keine Ability. Okay, wenn ich einfach stehen bleibe. No, ich muss nachladen. Keine Kiste. Aber ich bin halb tot. In den Cookie. Ja, genau! Junge, okay. Noch einmal. Einmal. Dann, ich gebe jetzt schon auf. Es sind gerade mal wie viele, äh, was ich das so mache. Zehn Minuten. Okay, noch fünf Minuten. Mindestens 15 Minuten muss ich das vorkriegen. Mach halt was! Junge! Ich laufe da halt auch in die Spiegel. Alles gut. Alles gut. Beruhigen uns. Es ist alles gut. Ich bin nicht für solche Top-Down-Roguelike-Shooter gemacht. Ich merke das schon. Und wie komme ich jetzt zu den Titeln? Gar nicht. Ich muss nachladen! Das ist mal nicht das Leben. Da drüben. Tactic Gun. Okay. Ne, AK. Ja, Moin! Ich laufe einfach auch in die Viecher hinein. Nase! Nrosch! Ha! Uh! Katana. Okay, ich kann bloß die Waffe wechseln. Was heisst Würfel? In den Würfel oder in die Waffe? Die Waffe. Okay. No! Okay. trotzdem bekomme ich irgendwie wahrscheinlich kann man auch gar nichts bekommen weil es dann noch die demo ist könnte natürlich sein was daran liegt man sich nirgendwo was kaufen kann hier gibt es ja auch nichts das wohnen sagt auch nichts da ist auch nirgendwo was ich glaube das liegt daran weil die waffen kann man ja auch nicht so open bei wandern und get one free in einem donut kann man sich wahrscheinlich heilen denke ich gerade mal in das dritte level jetzt schon halb tot und noch mal toter ja was soll man da bloß sagen okay ok ich glaube das Geheimnis ist einfach manchmal stehen zu bleiben aber ich bin schon wieder fast tot ok kann man nachladen? ne ja und man bekommt auch kein Leben also kein neues Leben alright all right no was ja genau ja genau was hallo ich glaube irgendwie ich halte ich meine meine ich habe auch meine Finger für solche Spiele irgendwie an der falschen am falschen Ort wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich spielen alle anderen Leute anders mit der Tastatur weil ich habe nie einen Daumen auf der Leertaste vielleicht ist das auch das Problem dass ich da irgendwie komisch spiele ja 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 Nein! Scheiße, Frosch! Okay, diese Spiele bringen bei mir Aggression hervor. Gar nicht gut. Ich würde sagen, das reicht für diese Demo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss! Oh Mann.